Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, heute wird es spannend. Ich bin ein bisschen schock. Da machst du einmal den Fernseher an und siehst sehr, sehr viel Werbung. Und ich habe mich diesmal wirklich explizit mit der Werbung auseinandergesetzt. Einfach um zu verstehen, wie funktioniert Werbung 2022? Und ich habe heute ein Produkt für euch, was gerade aktuell in der Werbung ist. Und zwar geht es um die L'Oreal Infallible Freshwear Foundation. Aber Moment mal, kommt ihr uns nicht irgendwie so ein klitzekleines bisschen bekannt vor? Habe ich mir nämlich auch gedacht und dann stand da neu. Also habe ich meinen investigativen Make-up, Journalismus betrieben, habe meine Brille aufgesetzt, ein bisschen im Internet getippert und geschaut, was ist denn das? Und zwar wisst ihr, dass die Infallible 24-Hour Freshwear wirklich eine meiner liebsten Drogerie-Foundations ist. Seit drei Jahren. Wunderschönen guten Tag. Diese Woche wird ein bisschen foundationlastiger. Ich habe es euch schon gesagt. Aber heute habe ich eine neue Foundation für euch. Und das ist die neue L'Oreal Infallible 24-Hour Freshwear Foundation. Und wir schauen einfach mal, was das Ganze kann. Und wenn ihr herausfinden wollt, wie das funktioniert, ob sie funktioniert, ob sich die Euronen lohnen, dann macht euch einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Vor drei Jahren ist dieses Video online gegangen und jetzt kommt diese Foundation nochmal raus. Beziehungsweise L'Oreal hat die Formulierung geändert und aus der 24-Stunden-Foundation ist die 32-Stunden-Foundation geworden. mit Vitamin C, mit Lichtschutzfaktor und ohne Oxygen-Technologie. Ich bin gespannt. Wir werden heute herausfinden, was damit passiert ist. Warum ist die Foundation anders? Und ist sie überhaupt anders? Sieht sie anders aus? Ich habe zwei verschiedene Farben da. Aber ich möchte vorher mit euch ganz kurz über Skincare reden, denn ihr wisst, mein Credo ist, das Make-up kann nur so gut sein, wie ihr eure Haut pflegt. Und ich habe in den letzten Monaten, vor allen Dingen in den Wintermonaten, die Retinol-Reihe von Asam benutzt. Ihr wisst, es ist meine liebste Retinol-Reihe überhaupt, denn sie ist nicht so aggressiv. Ihr habt nicht so dieses trockene, spannende Gefühl, obwohl es super konzentriert und sehr gute Pflege ist. Ich benutze Retinol ausschließlich im Winter. Und jetzt ist genau noch die richtige Zeit, um eine Retinol-Kur zu machen, um die Haut so ein bisschen von den fahlen, trockenen Stellen zu befreien. Und dafür würde ich euch gerne die Retinol-Reihe empfehlen. Ich trage sie jetzt nicht auf. Das ist eine Skincare-Reihe, die ich abends meistens mache. Ich trage gleich ein anderes Produkt von Asam auf. Aber ich habe freundlicherweise wieder einen Code bekommen. Und damit kriegt ihr 15% Rabatt auf alles aus dasselbe Asam. Also es ist nicht nur die Retinol-Reihe, die ich jetzt nicht benutze. Ich habe sie gestern Abend benutzt. Und ihr seht, dass die Haut, vor allen Dingen hier in dem Bereich, sehr glatt ist. Nicht so fahl. Sie ist sehr leuchtend. Und das ist mir persönlich ganz wichtig, bevor ich Make-up auftrage. Die Haut nimmt viel mehr Feuchtigkeit auf und viel mehr Pflege, die ihr vielleicht am Morgen auftragt. Und dafür eignet sich Retinol immer sehr, sehr gut. Aber dadurch kriege ich sie einfach sehr, sehr weich. Und das ganze Hautbild wird ebenmäßiger. Welche Creme ich jetzt benutzen möchte, bevor wir mit der Foundation anfangen, ist die Vitamin C Glow-Reihe. Die sorgt einfach für den wunderschönsten Glow. Ich trage ihn einfach nur so ein bisschen auf. Ihr bekommt mit dem Rabattcode, wie gesagt, 15% auf alles. Auf alle Skincare-Produkte. Und wenn ihr euch mal an die Skincare-Produkte oder generell an Asam-Produkte antasten wollt, dann probiert auf jeden Fall die Aqua Intense-Reihe aus. Da sind keine Duftstoffe, da sind keine Parabene drin. Das verträgt die Haut. Und das ist eine super Reihe, um in die Asam-Welt reinzusteigen. Ich setze euch allerdings einmal unten in die Infobox. Und ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Und ihr seht, die Creme hinterlässt einen schönen Glow. Sie ist frisch und sie ist glatt und gepflegt. Und das ist mir persönlich vor Make-up wichtig, weil ich trage recht viel Make-up. Ich trage sehr, sehr lange Make-up und möchte dafür natürlich die optimale, beste Haut haben. Jetzt kommen wir zur Foundation-Freunde. Diese Foundation. Ich habe vorhin, heute Morgen um 4, halb 5 war es, das Video gesehen. Mittlerweile ist es 37, nochmal so für euch. Da habe ich mir das Video angeguckt von damals. Und ich glaube, ich war selbst beim Video gar nicht so begeistert. Das hat sich aber geändert über die Zeit. Und mittlerweile ist das, glaube ich, meine dritte oder vierte Flasche gewesen. Allerdings ist das meine Sommerfarbe. 235 Honey. Ich habe mir jetzt die 160 und die 220 gekauft. Einfach, um euch einmal drei Farben zu zeigen. Ich gehe davon aus, dass die Farben sich nicht geändert haben. Aber ich swatch euch drei Farben auf meinem Gesicht. Und so können wir dann schauen, welche von den zwei neuen die beste ist. Die Foundation soll eigentlich sozusagen von 25 mit drin haben. Und das ist etwas, wo ich persönlich immer so ein bisschen skeptisch bin, wenn ich ehrlich bin. Denn oft ist es so, also erstmal 25 reicht nicht aus. Da ich jetzt das Haus nicht verlasse, trage ich jetzt unter die Foundation nicht noch einen Lichtschutzfaktor, obwohl ich Retinol benutzt habe gestern. Ich bleibe nämlich zu Hause. Ansonsten tragt bitte immer einen Lichtschutzfaktor, vor allen Dingen, wenn ihr Retinol benutzt. Hier sind 25 mit drin. Denn ich persönlich finde das Quatsch. Und das Problem, was Lichtschutzfaktor ins Make-up bringt, ist, dass es oft die Poren verstopft und sich die Foundation dadurch, a, ist sie ein bisschen gräulicher. Sie ist nicht so farbresistent und so farbakkurat wie eine, die keinen Lichtschutzfaktor mehr drin hat. Und sie verstopft die Poren oft. Und das ist etwas, was mich bei der Foundation halt so begeistert hat damals, dass sie so leicht und so eine ultrahohe Deckkraft hatte, ohne dass ich Cakeface habe. So wie bei der Huda Beauty Foundation. Huda Beauty ist Spachtelmasse und das sieht man dann abends, auch wenn man das wieder abgemacht hat. Bei der nicht. Die ist leicht, die ist flüssig, die ist wie so ein Serum auf der Haut gewesen. Und jetzt haben sie Lichtschutzfaktor mit reingemacht und Vitamin C. Und das ist eine Sache, das finde ich gut. Wir swatchen jetzt erstmal, bevor ich hier Ewigkeiten weiterquatsche. Einmal die Farbe Sable Sand. Die sieht so ein bisschen gelblich aus. Wir lassen sie mal ganz kurz ein bisschen drauf. Und die Farbe Rose Linen. Dass das eher meine Farbe ist. Wobei, wir lassen das Ganze mal kurz so ein bisschen drauf. Ich verblende mir das einmal und dann schauen wir, wie die Farbe sich gleich in meinem Gesicht verhält. Ich recherchiere einmal ganz kurz, ob jetzt diese Oxy-Dings noch drin ist. Das hieß nämlich, dass die Foundation Sauerstoff in die Haut reinlässt. Ich atme üblicherweise durch die Lunge. Nicht so viel durch die Haut. So, wie heißt sie? Infallible. Die Foundation soll ein Glowy Finish haben. Vielzahl an Shades. Ich glaube, es waren 32 Nuancen, die es in der Foundation gibt. Und ausgleichen, kaschieren, Unebenheiten, Rötungen und Unregelmäßigkeiten. Ohne Masken-Effekt. Was ich sehr gut finde, muss ich sagen, sie haben nicht geschrieben, dass die Foundation mask-proof ist. Sondern sie haben es ganz besonders formuliert, dass es weniger abstempelt. Finde ich gut, weil das ist eine ehrliche Aussage. Dank der wasserfesten Formulierung können Regen, Hitze, Sport und Tränen die Make-up needs ausmachen. Vor allen Dingen Tränen ist bei mir im Moment sehr wichtig. Okay, ihr seht, die Foundation oxidiert tatsächlich ein Stückchen. Deswegen würde ich mit der Rose Linen gehen. Die sieht nämlich sehr, 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 sehr passend aus. Ich bin tatsächlich wirklich super, super gespannt, wie die Foundation auf meiner Haut performt. Wir machen wie immer erstmal eine halbe Seite. Ich benutze dafür einfach einen Beauty-Schwamm hier. Und wir arbeiten uns die Foundation einmal ein. Sie riecht genauso wie früher. Das ist ein sehr, sehr leichter Duft, muss ich sagen. Und sie lässt sich sehr, sehr gut einarbeiten. Das ist halt das Schöne bei dieser Foundation gewesen. Sie hat eine extrem hohe Deckkraft, aber sie ist sehr flüssig. Und das ist etwas, was es halt vor drei Jahren zumindest so auch noch nicht gab. Weil die meisten Foundations, die wirklich eine hohe Deckkraft hatten, waren einfach extremst cakey und so, so passt sich. Und das ist etwas, was heute in der Make-up-Welt nicht mehr so gewünscht ist. Deswegen verstehe ich es auf der einen Seite auch, warum sie die Foundation geändert haben. Ich hoffe aber, dass sie immer noch genauso gut ist wie damals. So, ich habe euch ein kleines Stückchen herangeholt, dass ihr euch die Foundation einmal von Nahem ansehen könnt. Ich finde sie jetzt doch noch ein Stückchen gelb, aber sie oxidiert eher ins Rosane. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ihr seht, die Deckkraft ist enorm. Also mein Pickel mal hier oben ist im Prinzip komplett abgedeckt, obwohl sie sehr, sehr leicht auf der Haut ist. Das ist, ich finde das mal ganz spannend. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu schreiben. Diese Foundation, die vor drei Jahren rauskam, die neu aufgesetzt wird und angeblich verbessert werden sollte, mit Produkten, die ich nicht unbedingt in der Foundation machen würde. Also beispielsweise Lichtschutzfaktor. Ist sie genauso gut, ist sie vielleicht sogar besser geworden? So seht ihr einmal den direkten Vergleich. Hier haben wir einmal die ungeschminkte Seite und hier haben wir einmal die eine Schicht Foundation drauf. Ich arbeite mir einmal schnell die andere Seite ein. Ihr seht, hier ist sie noch ein Stückchen heller und dann oxidiert sie tatsächlich so ein Stück. Aber das ist nicht so schlimm, wenn man es weiß. Dafür mache ich ganz gerne diese Videos, damit man einfach sieht, okay, worauf muss man achten bei einer Foundation. Das ist ja auch von Foundation zu Foundation unterschiedlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist prinzipiell eine gute Sache, wenn die Foundation schlechter geworden ist, dadurch, dass sich die Bedürfnisse der Haut oder der Konsumentinnen so ein bisschen geändert haben in den letzten Jahren, dass sie halt darauf Wert legen, dass Skincare Ingredients mit drin ist, dass Lichtschutzfaktor mit drin ist, dass sie da einfach wirklich so ein bisschen mitgegangen sind. First impression, die Foundation behauptet, ein glowy Finish zu haben. So glowy ist es jetzt gar nicht. Also das ist so ein subtiler, erwachsener Glow, der aber nicht zu aufdringlich ist. Auch das ist eine Sache, die ist natürlich immer eine persönliche Präferenz. Für mich hätte es jetzt auch ruhig noch glowiger sein können, weil ich da das Ganze ja eh mit Puder und schichtenweise Bacon platt mache. Und dann nach ein paar Stunden kommt der Glow durch. So sieht das Ganze sehr, sehr schön aus. Ich mag die Foundation bis jetzt sehr gerne und wir machen einfach mal weiter. Ich nehme euch so ein bisschen mit. Kontur nehme ich wie immer meinen Kiko Konturstick. Bopp, bopp. Und blende das Ganze mit meinem eigenen Pinsel aus. Mhm. Lässt sich auch sehr, sehr gut verteilen. Als Concealer benutze ich hier heute den Anastasia Beverly Hills Concealer in der Farbe 6. Das ist aktuell wirklich einer meiner liebsten Concealer, muss ich sagen. Der ist schön, der hat eine krasse Deckkraft. Und der hält den ganzen Tag. Dann gehe ich hier wieder über die Kante rüber, um die so ein bisschen auszubuffen. Und habe eine schöne Kontur. Übrigens, ich bin gespannt, was ihr zu meinem Studio sagt. Das ist tatsächlich das zweite Video mit dem neuen Studio. Das andere war alles vorgedreht. Das ist im Moment wild. Ich glaube, wenn ihr das Video seht, habe ich schon einen TV-Werbespot gedreht, Freunde. Ich habe einen TV-Werbespot gedreht. Alleine. Wie krass ist das denn? Und hier seht ihr das Ganze nochmal richtig, richtig close. Die Foundation sitzt sehr gut auf der Haut. Sie hat sich tatsächlich mit der Haut verbunden. Auch dasselbe wie damals. Sie ist sehr leicht auf der Haut. Ich habe natürlich jetzt eine Menge Concealer benutzt. Aber auf der Stirn seht ihr es. Sie ist leicht. Die Textur ist tatsächlich so ein bisschen minimiert. Das ist immer ganz spannend bei Glowy Foundations. Wenn sie glowy sind, dann kann es entweder die Textur erhöhen oder wenn es so ein spezieller Glow ist, die Textur ein bisschen minimieren. Es läuft in keine Fältchen rein. Sie sieht frisch aus. Mega. Zum Setten benutze ich das Riva Love's Me Holy Grails Baking Puder. Gehe einmal rein mit einer dünnen Schicht. Und sette das Ganze erstmal nur ganz leicht, um zu schauen, wie es aussieht, wenn man sie nicht baked. Ich weiß, dass viele das nicht machen. Und ihr seht, der Glow wird natürlich direkt weggenommen. Aber der Porenbereich sieht sehr minimiert aus. Ich schneide mir hier die Kontur aus. Mach einmal mein Make-up fertig und bin gleich wieder da. Und hier bin ich einmal fast fertig mit dem Make-up. Ich habe es tatsächlich noch nicht gesettet. Habe mir nur ein bisschen was auf die Lippen gegeben. Meine Augenbrauen fertig gemacht. Und ich überlege, ob ich das Ganze sette. Ich glaube nicht. Weil meistens das Setting Spray, was ich meistens verwende, das verändert immer irgendwie so ein bisschen die Foundation. Deswegen lassen wir das. Aber First Impression muss ich sagen, Base ist nice. Man sieht... Keine... Oh, ich habe mich gerade selber exposed. Oh Gott. Es hat gestaubt. Mein Schüter. Nein. Spaß beiseite. Foundation sieht wirklich, wirklich toll aus. Ich starte jetzt in den Tag. Mittlerweile ist es 8 Uhr. Und dann sehen wir uns später. Freunde. Ich schimme mich ein klitzekleines bisschen. Es ist tatsächlich locker. Schon drei Tage her, dass ich das Video angefangen habe, aber nicht beendet habe. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, warum. Ich habe es nicht geschafft. In den letzten Tagen war so viel los, dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe, mich hochzusetzen, um dieses Video zu beenden. Beziehungsweise, um euch ein Update zu geben, wie ich mit der Foundation klarkomme. Also, auch heute habe ich die Foundation drauf. Auch in den letzten drei Tagen habe ich die Foundation getestet. Einfach, um euch wirklich zu zeigen, okay, wie gut ist die Foundation heute? Hat das sich irgendwie verändert? Habe ich eine Reaktion meiner Haut gemerkt? Habe ich Unreinheiten bekommen? Habe ich Unterlagerungen bekommen? Und hier ist meine Review. Also, first of all, die Farbe, die ich jetzt im Gesicht habe, Rose Linen, ist sehr gut. Ich muss sagen, sie oxidieren tatsächlich alle. Also ungefähr eine Nuance bis anderthalb Empfehlung von mir. Wenn ihr in der Drogerie seid, schaut am besten vorher zu Hause eure Foundation an. Geht in die Drogerie, macht einen Swatch, dann könnt ihr das auch auf der Hand machen, wenn ihr wisst, dass sie bei euch zu Hause passt. Und dann packt ihr die anderen daneben. Sodass ihr dann schauen könnt, nachdem ihr, weiß nicht, Klopapier und Müllbeutel und was auch immer ihr in der Drogerie braucht, gucken könnt, verhält sich die Foundation farblich so, wie die, die definitiv zu mir passt. Ich empfehle euch eh immer, nehmt eher eine zu helle als eine zu dunkle. Gerade, weil man viel mit Bronzer noch nacharbeiten kann, viel mit Kontur und es wird schnell ein bisschen dunkler oder fleckiger. Deswegen lieber ein bisschen zu hell als wesentlich zu dunkel. Ansonsten habe ich, ich weiß nicht, ob das Placebo ist oder nicht, das Gefühl gehabt, dass ich, wenn ich mir abends die Foundation aus dem Gesicht genommen habe, meine Haut sehr glatt war. Also ich habe keine zusätzlichen Unterlagerungen durch den Lichtschutzfaktor bekommen. Das ist auch schon mal was Gutes. Allerdings, es ist nur Lichtschutzfaktor 25. Oft passiert das bei den höher schützenden Foundations beziehungsweise höher schützenden Lichtschutzfaktoren, dass es da dann so ein bisschen kritisch wird. Ich weiß nicht, ob es an Vitamin C liegt. Ich hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass meine Hautoberfläche weicher wird overall. Vor allen Dingen abends, wenn ich das Make-up weggenommen habe. Ansonsten habe ich keine, ich sage mal, spannende Veränderung zu der Foundation von vor drei Jahren gesehen. Das ist erst mal was Gutes. Und ich habe mir überlegt, macht das Video eigentlich Sinn? Und dann habe ich echt jetzt ein paar Tage überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, ja, definitiv tut es das. Denn sie wird als neue Foundation beworben. Und wer jetzt nicht gerade in dem Beauty-YouTube-Kosmos aktiv ist, so wie ich und so wie ihr, dann geht das schnell mal unter und sie denken, das ist eine neue Foundation und schauen dann nach Reviews. Und deswegen kann ich sagen, die Foundation ist top. Wenn ihr mit der Foundation vorher schon klargekommen seid, werdet ihr auch mit dieser Foundation gut klarkommen. Farblich, Farbrange ist fantastisch. In der Drogerie selber okay. Nicht spannend, aber okay. Online natürlich sowieso eine sehr, sehr gute Farbbrange. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt definitiv bei der Foundation. Und gerade für diejenigen von euch, die zu trockener Haut neigen, aber trotzdem eine Full-Coverage-Foundation haben wollen, ohne Cakey auszusehen. Das ist eine ganz, 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 ganz dünne Linie, die so eine Foundation dann schaffen muss. Könnte das die richtige Foundation sein? Ich werde sie definitiv weiter tragen. Das ist meine Go-To-Alltags-Foundation immer gewesen, bevor es die Rival de Loup-Höleron-Foundation gab. Aber die hat natürlich noch so ein bisschen mehr Bums und die hält natürlich auch ein Stückchen länger matt. Ich bin super gespannt, was ihr zu dieser Foundation sagt. Habt ihr sie damals schon ausprobiert? Werdet ihr sie jetzt ausprobieren? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.